Ralf Schumacher und Freund Etienne geben Red Carpet-Debüt.Ralf Schumacher hat im Sommer seine Beziehung zu Etienne Bosquet-Kassagner öffentlich gemacht. Nun traten die beiden erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich auf.Monate lang standen sie in den Schlagzeilen und nun auch auf dem roten Teppich. Im Sommer machte Ralf Schumacher, 49, seine Liebe zu seinem Freund Etienne, 35, bekannt. Seitdem zeigten sich die beiden immer wieder auf Instagram, doch offizielle gemeinsame Auftritte blieben bisher rar, bis jetzt. Am Samstagabend feierten Ralf und Etienne ihr Red Carpet-Debüt bei der McDonalds-Kinderhilfe Benefiz-Gala in München. In eleganten Anzügen posierten sie zusammen auf dem roten Teppich und strahlten in die Kameras der Fotografen. Unterstützung erhielten sie dabei von Carmen und Robert Geis, die auf Fotos zu sehen sind. Das Millionärspaar ist seit Jahren im Rampenlicht und somit mit solchen Auftritten vertraut. Ralf und Etienne pflegen eine gute Freundschaft zu den Geissens. Ralf Schumacher, bisschen ungewohnt. Wie fühlte sich der erste Auftritt auf dem roten Teppich für die beiden an? Es ist noch ein bisschen ungewohnt, klar, erklärte Ralf bei der Gala gegenüber RTL. Etienne ergänzte, natürlich, ich bin das nicht gewöhnt. Aber das ist in Ordnung. Punkt der Franzose äußerte sich auch zu seiner Beziehung zu Ralfs und David, 23. Mit David ist alles in Ordnung, wir haben seinen Geburtstag gefeiert. Wir waren in Salzburg und es war sehr, sehr schön. Etienne betonte jedoch, dass er nicht als zweiter Vater für den 23-Jährigen fungieren wolle, er hat schon einen Vater. Ich bin eher ein guter Freund, stellte er klar. Mutter von David ist Ralfs Ex-Frau Cora Schumacher, 47, mit der der ehemalige Rennfahrer von 2001 bis 2015 verheiratet war. Öffentliche Auseinandersetzung mit Ex-Frau Cora. Nach Ralfs Coming-out entbrannte eine öffentliche Schlammschlacht zwischen ihm und Cora. Berichten zufolge soll sie nicht persönlich, sondern durch die Presse von Ralfs neuem Liebesglück erfahren haben. Ralf wies dies jedoch zurück und erklärte, dass Cora von der Beziehung gewusst habe und den beiden gratuliert habe. Auf Instagram teilte Ralf sogar einen privaten Chatverlauf, um seine Aussage zu untermauern. Cora konterte mit einem eigenen Screenshot. Inzwischen ist es um das zerstrittene Ex-Paar etwas ruhiger geworden. Cora deutete jedoch an, rechtliche Schritte einleiten zu wollen und veröffentlichte ein Schreiben ihres Anwalts. Darin schrieb sie, in seinen zahlreichen Liebesinterviews, die Mutter seines Kindes öffentlich zu diffamieren, werde ich nicht länger hinnehmen, Punkt. Zusätzlich kündigte sie an, öffentliche Transparenz zu zeigen und gegen, Ralf, juristisch vorzugehen. Von all dem Drama ließen sich Ralf Schumacher und Etienne bei ihrem Red Carpet-Auftritt jedoch nicht beeindrucken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017